Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11242 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Flitterwochen sind ein einmaliges Erlebnis, das wir in vollen Zügen genießen. Die Flitterwochen sind ein einmaliges Erlebnis, das wir in vollen Zügen genießen. Schenke deinem Körper Gesundheit und tue das, was ich dir zeige. Schenke deinem Körper Gesundheit und tue das, was ich dir zeige. Schenke deinem Körper Gesundheit und tue das, was ich dir zeige. Das gibt es bei uns nicht jeden Morgen. Das gibt es bei uns nicht jeden Morgen. Das gibt es bei uns nicht jeden Morgen. Nur an ganz besonderen Tagen. Freiheit ist der Kitt, der eine Gemeinschaft zusammenhält, Freiheit ist der Kitt, der eine Gemeinschaft zusammenhält, indem sie Raum für Unterschiede und Gemeinsamkeiten schafft. Freiheit ist der Kitt, der eine Gemeinschaft zusammenhält, indem sie Raum für Unterschiede und Gemeinsamkeiten schafft. Ich muss ein paar gute Kochvideos finden. Eva kommt heute Abend zum Essen. Heute gibt es Putenfleisch mit grünen Erbsen und Kartoffeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Okay. 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 Okay.